Jo Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen wieder zu eurem Manga-Boy Obi und heute natürlich mit dem One Piece 984 Spoilern. Meine Kollegen One Piece Theoretiker und Skypie und bla 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 haben alle die Videos schon rausgehauen, aber natürlich das Beste kommt immer zum Schluss, das ist meine Devise, Digga, meine Devise. Wo gucke ich meine Spoilers? Also ich schaue das mal auf Pirateboard.net, weil die übersetzen das gleich auf Deutsche. Ich bin nicht die hellste Kerze, was Englisch angeht, obwohl ich Englisch eigentlich, in der englischen Sprache bin ich gut, aber schon so lange kein Unterricht mehr gehabt und so lange kein Englisch mehr gesprochen, dass man das einfach vergisst. Kommen wir direkt zu den Spoiler, Freunde. Ulti und Page One wachen auf und es geht ihnen gut. Die besten Piraten in der Nähe sagen, dass Dinosaurier-Nutzer extrem viel aushalten. Yamato will mit Ruffy sprechen, wo keine Untertanen von Kaido sind. Ruffy meint, er könnte diese in 5 Sekunden erledigen, aber Yamato lehnt ab und erzeugt einen Rauchvorhang aka Ninja Man. Die Samurai marschieren in die Festhalle ein, Lost scannt die Lage von seinem U-Boot, Iso trifft auf Kiku. Ruffy gibt Yamato 5 Minuten, um zu reden. Dieser erzählt, dass er die Hinrichtung von Oden miterlebt hat und von dieser beeindruckt war. Er will so sein wie Oden und Odens Willen erfüllen. Yamatos Maske fällt. Er betrachtet Ruffy und erinnert sich an Ace. Angeblich handelt es sich bei Yamato um eine Frau. Da wir am besten auf Bilder warten sollten, will ich jetzt nicht Ja sagen oder Nein sagen. Also es könnte sein, dass er eine Frau ist, aber es muss nicht unbedingt sein. So, Freunde. Wenn Yamato eine Frau sein sollte, Freunde, dann habe ich die perfekte Theorie, warum das so sein sollte. Und zwar, stellt euch mal vor, wir haben einen Unfall, Yamato stirbt oder Yamato ist fast tot. Und wir haben Big Mom und wir haben Kaido und Kaido sagt, Big Mom, deine Seen-Seen-Frucht. Du hast doch die Fähigkeit, meinen Sohn zu retten. Indem du die Seele meines Sohnes nimmst und in einen leeren Körper reintust oder in einen lebenden Körper. Weil die Seen-Seen-Frucht sollte ungefähr so wirken wie Gekko Moria Schattenfrucht. Und da kann er das halt auch, aber halt nur in Hülle. So, aber eine Seele ist etwas Lebhaftes, also kann ich mir vorstellen, dass sie die Seele auch in einen lebendigen Körper packen kann. Und so hat Kaido diese riesige Schuld bei Big Mom. Das ist der Grund, warum Yamato eine Frau ist. Eigentlich ist Yamato ein Mann, aber er wurde durch einen Unfall und durch Big Mom zu einer Frau gemacht. Sonst hätte er nicht überlebt. Was sagt er zu dieser Theorie? Ansonsten freue ich mich definitiv auf das 984-Kapitel. Aber was ich sagen muss, und ich finde das sehr traurig, aber das ist Real Talk. 27 Jahre im Anime-Business, das ist Real Talk. Was ich schade finde an diesem Spoiler ist zum Beispiel, dass Ulti und Page One einfach so weggeklatscht worden sind von Ruffy. Wir haben die Flying Six. Das ist Kaidos zweitstärkste Streikmacht, die wir haben, neben den All-Stars. Und was macht Ruffy? Und Ruffy klatscht gleich zwei Leute weg. Dann haben wir noch, wie hieß der, Sasaki? Sasaki wurde von Kyushiro, Yane, festgebunden. Yane, er kommt auch nicht raus. Wir haben drei Leute, die erstmal von der Bildfläche verschwunden sind, für die nächsten zehn Kapitel wahrscheinlich. Bullshit! Also das hätten die meiner Meinung nach besser machen können. So, weil wir sind in der neuen Welt. Okay? In der neuen Welt sind starke Piraten. In Kaidos Truppe sind starke Piraten. Drake ist ein starker Pirat. Basil Hawkins ist ein starker Pirat. Er ist nicht mal in den Flying Six drin. Weißt du, was ich meine? Und wir haben jetzt hier zwei Flying Six, die ausgenockt werden. Und die haben auch noch Dinosaurier-Nutzer. Weißt du, Yane, das sind Sorenfrüchte. Antike Sorenfrüchte. Und die gehen so schnell auf. Bullshit! So, das ist das Erste, was ich Bullshit finde. Zweitens habe ich das Gefühl, also ich habe gestern die Folge 930 geguckt. Und ich habe noch nie so eine langweilige Folge in meinem Leben geguckt. Ich finde das schade, dass... Die hatten jetzt so viel Zeit. Okay? Bisschen mehr Pep in eine Folge reinzubringen. Weil ich finde, okay, Wano Kuni Arc ist brutal. Ich liebe den Zeichenstil. Es sieht gut aus. Und bla 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 bla. Die Soundtracks sind genial. Muss ja immer stimmen. Aber... Ich finde den Manga einfach um das Zehnfache besser als den Anime. Weil der Anime ist schleppen. Der Anime war nicht schleppen. Wo der Anime angefangen hat mit der ersten Folge bis zum Sabao, die Aichipi, war der Anime brutal. Nicht langweilig. Nicht dies, nicht das. Gar nichts. Du hast es angeguckt und die Zeit ist so verflogen. Aber mittlerweile guckst du One Piece Folgen, meiner Meinung nach. Außer natürlich der Dressrosa-Arc war der Dressrosa-Arc war super. Aber alle anderen Arcs, meiner Meinung nach, sind langweilig. Du guckst und du denkst dir so, boah, so viel schnacken. Boah. Aber die zeigen ja, die zeigen das Haus ja ziemlich lange, ne? Und das ist mein Problem zur Zeit mit One Piece. Und was noch ist so, die, die... Ich hab diese Lust nicht mehr, One Piece so hardcore zu verfolgen, als wie es noch am Anfang war. Natürlich, den Manga liebe ich. Manga guck ich gerne. Aber diese Folgen. Und jeder möchte doch die Kämpfe animiert sehen. Er möchte doch die neuen, die neuen, äh, die neuen Reisen animiert sehen. Diese neuen Islands, weißt du? Raftel kommt noch. Und das kommt. Und Loftail und Dings. Und Chiki Chiki Wung Wung kommt auch noch. Wir haben irgendwelche Flashbacks wahrscheinlich noch von Dragon. Wie er früher ein Marina-Admiral oder Marine-Vize-Admiral war oder ein Soldat. Und dann das Geheimnis von Mary Joa mitbekommen hat. Und irgendjemanden getroffen hat, der ihnen gesagt hat, ey, du musst eine Revolution starten oder was weiß ich. Ne? So eine kleine Theorie am Rande, Freunde. Aber es ist halt sehr schleppend geworden. Und das ist das Einzige, was ich sehr traurig finde. Vielleicht denkst du ja genauso wie ich. Ansonsten, ich freue mich definitiv drauf, wenn Yamato eine Frau ist. Weil ihr wisst, Rule 34 ist live. Ähm, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Yamato zu Gesicht kriegen. Und ich hoffe auch, dass diese Verbindung zwischen Ace und Yamato auch aufrecht ist. Ähm, oder, oder, dass das einfach eine coole Idee ist, die dahinter steckt und nicht irgendwas so leichtes. Okay? Einfach so einen leichten Plot. Und die haben sich irgendwann kennengelernt und haben gesagt, hey, was geht ab? Und die haben dann bei Ischirakus, äh, Ram-Shop haben die gegessen mit Naruto und Sakura zusammen. Weißt du? Also sowas möchte ich definitiv nicht sehen. Ansonsten, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn du ein Streamer bist oder wenn du selber ein YouTuber bist, lasst uns doch so machen. Du abonnierst mich, ich abonniere dich zurück. Ich finde, das ist das Einfachste überhaupt. Und, ähm, ja, abonnieren, liken, gefällt mir, kommentieren. Könnt ihr alles, alles, alles machen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bei One Piece. Tschüss.